Ein herrlicher Tag. Typisch Miami. Zerstückelte Leichen und eine leichte Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Schöne, scharfe Schnitte durch den Körper. Keine dicken Flecken oder Tropfen. Blut. Manchmal bringt es meins geradezu ein Baller. Ich habe Grundsätze. Mein Vater hat mir beigebracht, dass ich mir vor allen Dingen sicher sein muss. Und das bin ich. Ich heiße Dexter. Nominiert für fünf Emmys. Dexter. Der Serienstart am 29. September bei RTL 2.